Da war noch mal was. Herzlich willkommen zurück zu Last Player Need Fork. Alter, wir haben fast 5 Sterne. Ich sollte mal dringend irgendwann anfangen, das Auto in die Garage zu fahren, das ist... Wie geht's? Ganz okay. Gut. Du hast noch einen Job für mich? Äh, warum hab ich die nicht... Hä? Fuck's bin ich jetzt gerade? Warum zur Hölle darf ich... Hä? Ähm... Ich wollte das Event nochmal fahren, Kollege. Äh, hallo? Warum? Kannst du dich noch erinnern, wie du im Auto immer... Don't judge me... Nein, aber was soll die Nummer? Hä? Warum darf ich das Auto nicht gewinnen? Habe ich jetzt 64.000 für den Arsch rausgeballert? Nur weil ich das Ding nicht gewonnen habe? Nur weil ich das Ding nicht gewonnen habe? Nur weil ich die Nummer nicht gewonnen habe? Was ist das für eine Verarsche? Ich wollte die Nummer neu fahren? Nee, das machen wir jetzt nicht. Oh! Oh! Du auch nicht. Verstehe ich's nicht? Ist das eine einmalige Nummer gewesen, dass ich sage, du gewinnst das Auto nicht, wenn du nicht gewinnst, hast du das Auto nicht dran? Also ich habe das Gefühl, manchmal würde mich das Spiel ein bisschen verharschen. Warum zur Hölle? Ich würde gerne das Auto gehabt. Das ist mir gerade herzlich scheißegal. Ich brauche halt den Wagen auf Aplus zu machen. Das heißt, wir ballern da Nitro rein. Vielleicht ist das Auto auf 269, dann geht's auch auf Dings, auf Grip. Ich brauche das Auto. 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 Ja, rein damit. Ich brauche das Auto. Ich brauche das Auto. Wir kloppen die Karre einfach 40% Grip. Und dann passt das soweit. So, dann habe ich noch 10.000 fürs Styling. Dann bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht, dass ich das Auto nicht fahren holen konnte. Dass mir die Nummer jetzt versaut wurde, mehr oder weniger. Ja. Kann ich keine Lackierung einbauen und so? Ist das Auto schon soweit fertig? Visualisierung. Luftforderung, Fahrer, Lackierung. Ah, Lackierung. So, was haben wir denn hier schönes Lackierung? Ja, die doch, oder? Vom guten Webster aus. Das ist ein Need for Speed. Äh. Was wolltet? Ja, sag mal, die Karre hat jetzt S, ne? Die soll eigentlich einen Plus haben. Die darf nicht zu viel Grip haben, nur 5%. Aber da fährt er jetzt nur 269 und 317. Hat er jetzt ein bisschen. Ich glaube, die Karre noch besser. Aber. Naja. So. Wagen. Jetzt bin ich jetzt ein bisschen mehr enttäuscht. Ja, wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen Zeit gucken. So, jetzt fahren wir an, die Krone zusammen zu sparen für die. Für die Events. Ja, jetzt haben wir die Autos fertig. Jetzt fahren wir nämlich, jetzt fahren wir. Wird für's sieht. Was ist denn das von Redness Plus? Naja. Ja. Ja genau. Bleib einfach mal Reisekant. Leckwisch. Ich... Momentan... Ver... Pieselig. Ich bin kein Pank. Verpieselig. Verpieselig. Ich bin kein Pank. Verpieselig. Ich bin kein Pank. Ich bin kein Pank. gut weil ich jetzt davon ausgegangen war dass die mich gerade noch mal gesehen haben ich will zumindest noch ein erfolg sein bis zum ende der folge sind das ding machen wir noch und dann also ein versuch und dann ist gut so meine autos was muss ich fahren was war das für ein event jetzt das plus irgendwas kommt noch dazwischen ich kenne das ding gerade mit dem auto aber ich behalte mich klar das wird mein grand auto ich sage mich aber trotzdem das ist ein bisschen feucht mit dem ich habe mich interessiert darüber nachdenken ich bin jetzt gut ich bin jetzt rutschen gekommen fuck you schimmizu was ist denn los heute mit dem auto ich sage ja irgendwas hast mich gerade so ein bisschen ja dann nimm doch deine dreckskarre da weg ich sag ja irgendwas hat mich ich darf nicht erster werden klar die fahneinander ja genau ich sag ja das genau fall ruhig runter du hast es ja ich sag ja ich darf nicht ach leck mich doch am säckel alter das gehst du mir auf was gehst du mir heute eigentlich auf ein sack spiel also sei ich jetzt mittlerweile irgendwie seit dem kolosses rennen habe ich keinen stich momentan seitdem gewinne ich eigentlich kaum noch war selbst dass das dinge drin wird mir aberkannt das darf ich ja dann nicht mehr fahren hier geht es nur noch auf die fresse weil mir ständig irgendwelche leute auf den sack gehen ja stehen wir mit dem pizza taxi im weg in zweifel brettelt sich aus ich bin doch im weg naja jetzt verpasse ich auch noch die scheiß dinge ach geht ihr mir heute echt auf den sack boah dieses spiel nervt mich gerade so ein bisschen verpiss dich mit dem scheiß hey egal was du machst sobald du nur irgendwie auf der straße unterwegs bin passiert dir irgendwie scheiße verpiss dich jetzt ja nimm dein scheiß pizza taxi doch da weg warte ich muss da noch nicht kommen wenn du was führt da weil dir alle auf den sack gehen im zweifel ballern die quer über die straße hauptsache nicht ballern sie noch weg die anderen kann doch ich fahr du nicht gewinnst du 2000 2000 auch was spiel nervig nicht sorry du gewinnst nichts weil du ständig auf die fresse kriegst warte wir müssen auch noch mit fahren wir müssen nicht doch haben und so ja bleib stehen auf der kreuzung das ist genau die nummer die ich meine du bist nicht von mir in der nähe kollege ich habe noch einen anruf von unserer anonymen person bekommen lass mich raten ein gestohlener wagen kommt plötzlich auf ich stelle keine fragen ich nehme nur den hörer ab mit dem standort ich liefere ihn schnellstmöglich ab pass auf dich auf alec ist bestimmt nicht glücklich drüber dass seine autos verschwinden jetzt weiß er wohl wie das ist wir müssen halt gucken dass wir jetzt kohle verdienen deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen bisschen auslaufen dass wir autos liefern müssen wir müssen jetzt die 200.000 und wir zusammen kriegen also die rennen fahren jetzt ist eh nix mehr groß mit ich weiß was meine was haben wir dann hier ein porsche noch ein helfer oder was jetzt haben wir dann zwei minuten wir können locker rein in die pause habe ich mich kennt er wird sowieso nicht beim ersten versuchen passieren weiter du hast ja was ist denn auch sie los denn ja nicht nicht leben es ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020